Wenn du, Jessen, dich versuch mal hier so ungefähr auf der blauen Linie zu bleiben, ok? Auf hier der blaue und auf der blaue, ok? Also versuch, orientier dich auf die blauen Linien. Wenn wir den Ball haben, stehst du da vorne auf der blauen Linie. Warte, auf hier der blauen Linie. Und wenn die Gegner den Ball haben, dann steht ihr hier auf der Linie. Für euch zwei auch, ok? Also wenn wir den Ball haben, da und hier wendet ihr ab. Und wenn ihr den Ball habt und vor euch keiner ist, lauft ihr nach vorne und schießt dann, ok? Ok.